Willkommen zu den VW News und heute gibt es mal eine ganz kurze Short Variante, denn wir werden Astro Boy auf der VW App sehen und das schon am Samstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit mit einem einzigen Digital Collectible bzw. dementsprechend meiner Meinung nach oder meines Wissens nach auf jeden Fall auch der First Appearance von Astro Boy auf der Blockchain und dementsprechend sehr sehr interessant meiner Meinung nach und wir können uns das Ganze auch nochmal anschauen. Das Ganze ist hier außerdem mit Animation sehr 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 cool gemacht und das ist wirklich hier offizielle Astro Boy Lizenz, wie ihr hier auch schon im Hintergrund seht. Das ganze Collectible ist eine Rare, wie gesagt animiert und das Ganze meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Job, den man nicht verpassen sollte, da wir hier wie gesagt die Astro Boy Lizenz haben und Astro Boy ist schon wirklich ein sehr beliebter Charakter. Erst recht im asiatischen Raum, wir werden uns noch anschauen was die Drop Details sagen, aber bis jetzt meiner Meinung nach sieht das schon mal sehr 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 gut aus und zeigt auf jeden Fall, dass es hier was Thema Lizenzen angeht weiter und weiter nach vorne geht.